Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf Madeira und heute haben wir Tag 2. Wir waren mit der ganzen Gruppe Minigolfzocken, haben uns mit den Rollern komplett verirrt und waren am Ende noch unter einem Flughafen Fußballspielen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit Tag 2. Ach du Scheiße, niemand hat gesagt, dass Marius dabei ist. Was? Bro, dann bin ich raus. Das geht, ne? Das geht, das geht. Ey Mann, wir spielen Toni, Phoebe, Bombs, Kevin und Schee, die ist auch falsch geschnitten. Ja, ja, 3 von 5 haben abgefuckt, hab ich auch so gesagt. 50%-Quote. Am besten ist Bomben. Bomben. Bomben nicht. Bomben. Wer ist gemacht mit bei Samwise Wild? Ja. Ich hab einen kleinen Clip gesehen. Hast du gerade Bomben gelesen, hast du doch gerade mal gemacht. Ich hätte den auf TikTok gesehen. Bomben, der ist doch der von Samwise Wild. Ich schwöre, das war meine Connection. Bomben, Bommel, Samwise Wildschaften 1. Oh, no way, what the fuck. Ich glaube, Reetalk, wenn ihr einen Bär seht und so reitet einer auf den oder so, keine Ahnung. Bro. Ey, lass in unsere Flasche einfach einen Sattel reinmachen. Wir machen in die Flasche nur einen Sattel rein und wenn da ein Bär kommt, dann so wie bei ARK machen wir dann so große Türen, die wir so hochmachen können und dann reichen wir so mit dem Bären daraus und so. So, nehmt ihr nicht einfach auf dem Crafting Table mit? Oh, Alter, hast direkt alles mit dabei. Chest, large chest. Ich würde gerne wissen, ob was so was, ob wie was performen würde bei so was. Was nennt es da schlimmer? Kein S oder kein Minecraft? Minus 2. Ey, vor mir ist Marius angeschrien. Ey, auf TikTok zieht sowas. Okay, fair, fair. Kann mir jemand sagen, was hier passiert? Wir sind am Meer. Leben ist Leben. Und hier ist die Big Crew. Und wir spielen heute mit allen zusammen Minigolf. Und Shirley macht TikTok, wie man unschwer erkennen kann. Fimi, wie hast du den Ball da hinten bis zum Mülleimer bekommen? Jetzt musst du wieder von hier wachen. Oh, Juki, ich verliere auch. Wie scheiße. Oh Mann, ist das scheiße. Ich bin sein Abo, oder? Wie viele Schläge hast du? Neun Schläge. Für die Bahn. Wie viel darf man denn schlagen? Was für die Bahn? Mach du mal. Komm mal. Ey, wenn ich schlecht habe in der Türen, dann nenne ich meinen Channel um in X-Facher-Bot. Ich kann mir nur den Wunnen machen, ey, Mann. Okay, hast recht, ihr war jetzt noch nicht so stark. Hey, Kevin, wir haben es geschafft. Ich habe mich da hinten zu dir. Das macht doch nicht so. Ich hasse mich alles so sehr. Das ist unmöglich. Sieben. Und jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Oh mein Gott. Achtung, dann lass du gleich. Ich mache genau wie Phoebe. Ey, Junge. GG, neun Punkte. Geil. Phoebe, wir sind gerade mit mehr TikTokern umgeben als mit Streamern. Ey, du darfst nicht auf die Bahn treten. Phoebe ist Real Rap auch mehr TikTok als Stream. 100%ig. Ruhe drauf. Das ist nicht mal TikTok, das ist nur Lipsync. Nein. Ich hasse TikTok. Aber Mann, Digga, ich kann halt... Nein, das ist geil. Ihr seid Generationen TikTok-Streamer. Junge, das ist geil. Nein, nein, nein. Digga, ich bin mit 13 auf Twitch. Da hatte ich noch Musical. Duft, oder? Nein, das ist illegal. Sag einfach, es war ein Witz. Sag schnell, es war ein Witz. Es war ein Witz. Hey, es war ein Prank, Leute. Pass mal auf, ich mache es ganz schlau. Okay. Ich mache es ganz schlau in neun Zügen. Ja, oh. No way. Oh, safe, safe, safe. Digga, imagine, der wäre hier runtergeflogen. Komm, schieß ihn zurück. Wenn er jetzt runterfällt, wäre funny. Bro. Ey, viel wieder ein Ball ist runtergefallen. Meint ihr, wir werden heute überhaupt noch hole in one sehen? Aber erst abends. Viermal. Oh Mann. Oh, da war wieder der TikTok-Gag. Komm jetzt, auf geht's! Bruder! Wohin, Bro, wohin? Ey, bei wie viel bist du? Mein Bruder, an dem Punkt gib einfach auf. Das riecht um seinen Tag, ehrlich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hier ist noch einer. Wir hatten es schon. Du hast schon. Ich habe schon, ja. Ich habe drei. Und wir haben eine Wette angefangen, wer Armbot ausgeben muss. Jetzt picke ich aber gleich dieses Loch, Alter. Ja, das soll es dir machen. Bro, bitte. Okay, okay, watch this, watch this. Das ist es. Oh! Was war das jetzt, neun? Zehn. Zehn. Chad, ich bin vorne. Ist das lang oder average? Ich finde es riesig. Leute, stopp. Hä? Willst du sagen, es ist klein? Ey, jetzt fängst du noch eine Family Friendness zu hören, okay? Ich glaub, der will uns gleich was klauen, da wann er wieder hier ankommt. Nee, ich wollte das wohl in Wann sehen. Oh! Ach so! Oh mein Gott, der kann Deutsch. Oh mein Gott, liegt unangenehm. Das ist ja viel zu breites Loch, da kann man natürlich schon ein Eis fahren. Da kann man nur rein eigentlich. Da geht ja nur rein. Geht nur rein, gell? Ja, ja. Eises. Wenn du jetzt hier den knackigen Elf raus hast, dann wäre ich dir unfassbar dankbar, Bro. Einen macht er jetzt erstmal zu stark. Und danach macht er einen zu schwach. Um reich zu werden. Wo ist der Ding? Ich hab's geguckt! So, Achtung. Und jetzt, Freunde, jetzt kommt er zu schwach. Jetzt kommt einer zu schwach. Und dann sagt er, ah, jetzt weiß ich's. Und dann macht er drausend eine 5. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso? Scheiß! Hey! 4! 4! 4! Nicht schlecht! Immerhin keine Elf, wa? Nicht schlecht! Immerhin keine Elf! Hast du gerade gesagt, du musst deine Schuhe zumachen? Ja! Musst du die echt zumachen? Nein! Bixer! Hast du nur gesagt, dass Phoebe das Scheißdinge hält? Ja! Hey, ich hab leider alle Hände... Hey, warte jetzt mal. No Front, kannst du das nicht einfach so in deinen Bauch reinstecken? Ich kann das in meinem Bauch tragen, ja. Nee, kann ich leider nicht. Mann, das war ein Spüsenbrett. Fibi hat gesagt, ob ich nicht das Klempbrett tragen kann unter meinem Bauch so einklemmen. Was denkst du, was ich mir von denen den ganzen Tag anhören muss, Alter? Hey, fett Arsch, was willst du von mir? Aber bei mir nehmen die schon mal böse Größe. Nimm mal bitte. Na, mach mal die Klempsche Kür. Ich finde, unter Freunden beleidigt man's. So ein Stück weit. Oh, danke, Bro. Du bist wirklich zu dumm zum Scheißen. Wie oft hast du diesen Hände in den Händen? Ich bin jetzt schon vergessen. Na, zu oft. Ja, guck. Guck, ich beleide Kevin halt für sowas. Jeder hat sein... Jeder hat sein Ding. Geht weiter! Kevin ist halt dumm wie ein Stück Scheiß. Ich bin Dick. Hugo ist lost. Was ist Toni? Toni ist quirky. Quirky. Was sagst du nochmal quirky? Ja, weil so dieses... Äh, mach mal ein Foto von mir. Ich steh hier gerade komisch auf dem Voller... Ja. Ich kann mir eine kurze Dominic Kevin ausrechnen. Ja, das... Wir müssen... Bei der letzten Bahn, der Rechte danach zu sein. Nein, aber wir haben doch Wette. Du kannst ab dem letzten Zwischenstand gehen. Dominic 50. Ja. Und Kevin 56. Ohhhh. Das ist nicht gut. Oh, das ist so schwer. Ohhhh. Die Bahn... Das ist ne Elfer. Das ist ne Elfer. Das ist ne richtige Finalbahn. Dominic mach zuerst. Okay, Dominic, dann mach mal. Okay. Oh, zwei. Hallo Papa, ich bin's Lennart. Du musst nicht flüchten von mir. Ich werde dich immer finden. Lennart, bitte. Ohhhh. Du hast gewonnen. Nein. Doch, hast du. Ich will trotzdem, dass du so spielst. Ja, du spielst natürlich auch. Boah, der war so knapp. Stark. Ja, lieben, geh bist du letzter. Kein Pressure, doch. Ach, Digga. Let's go, Kevin. Tunis, oder? Digga, wohin? Okay, immerhin fünf. Nehmen wir. Guck mal, du kannst dir sagen, was du willst. Aber zwei Sachen über Toni. Toni hört privat Mark Forster. 100 Pro? Halt dein Maulchen einfach mal, oder? Du hörst 100 Pro? Sorry, dass ich keine Brillen trage, auf denen ich ganz schnell bin, weil ich aus wie ein Fahrrad fahre. Oh mein Gott, das ist stylisch. Das ist stylisch. Du hörst absolut Mark Forster privat und du hast bei Bio immer gesagt, dass du irgendwie richtig verkackt hast und dann warst du zwei plus. Boah. 100 Pro, so warst du. 100 Pro, so warst du. Ich bin Kevin seit ungefähr vier Jahren und er hört nicht auf, das zu sagen. Weiß die Wahrheit ist. Und dann sitzt er bei mir zu Hause und macht den hier. Weiß der Geile und der Weiß der Sieg. Das ist ein geiler Song. Hat Kevin schon wieder verloren, oder warum so sauer? Ruhe bitte. Ach, Mario ist so klasse bei uns mit jetzt? Ja. Geil Junge. Digga, du bist der neue Hugo. Ja man, also... Wie warst du dir so nen Schwanz so? Digga, ich hab gehört, man muss sich den Schwanz waschen. Hau, haus hier rein, komm wir gar nicht mehr essen. Doch, aber er fährt jetzt mit dir. Und darum wollte ich mit ihm, ich muss los. Oh mein Gott, ich hasse euch alle so sehr. Es fühlt sich echt nicht so safe an, Mann. Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, ich werde nie wieder Rollerfahrt in meinem Leben. Woah, ciao. Holy shit. Ciao, Alter. Holy shit. Look at that. Junge, perfekt. Genau zwei. Krank, Alter. Warte, ich steck ab. Ey, aber krank, ich hab überlebt. Heftig. Aber der Kälter hat zumindest gelacht über das andere Garten. Also das fand der glaube ich... Ich hoffe. Ne, ich nur hinterher gelacht. Der dachte sich, wie komm ich jetzt raus. Drei, zwei, drei, zwei. Nein, nein, nein. Der hat ernsthaft gelacht. Der Besitzer guckt die Garten. Oha. Oha. Mach mal nochmal. Ich hab jetzt sonst immer alles verloren. Das ist das erste Mal, dass ich abdrücken will. For real. Also ich bin wirklich schräg geworden. Ich denke, das muss ja, das Boxen hier nicht sein. Wir sagen, der Chat macht doch jetzt, oder? Okay, wir haben ein Game für euch. Das sind unsere Handys. Und du kannst wählen. Unsere Handys? Wer wird für alles bezahlen? Du wählen. Du wählen. Du wählen. Du wählen. Du wählen. Ja. Aber ich. Danke. Oho. 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 Hey, lass mir schmecken. Danke, Phoebe. Ich hab dich mal alle, was für ein Cracker, die in der Trend gehen. Leute, die haben Leute mit Skiern drüber gefahren. Das nimmt nie jemanden. Du machst immer den Motorrona-Track. Ja, es ist so smart. Das ist unfair. Leute denken so, dem tut's am meisten weh. Ja, ja. Ich denke, nein, das geht nicht. Das ist so easy. Boah, das ist krass, Chat. Das ist krass. Das hat so FIFA Street-Energy hier gerade. Boah, das ist ein Ball hier. Wie geht doch immer? Oho. Ja, gut. Lass ihn wir nochmal. Oho. Oh. Oh pool. Ja! Sehr, sehr geil! Ich spiel niemals mit dem Tor. Digga, mir ist das Tor auf mein Handy gefallen. Wie ist das Tor auf dein Handy gefallen? Und das ist kein Schutz, Lars. Digga, das macht mich gerade so traurig. Ich hab mit dem Tor gespielt. Mann, Junge, ich hab mit dem Tor gespielt. Du hast mit dem Tor gespielt, Phoebe. Und dann möchte ich noch mal kurz daran erinnern, Phoebe musste heute auch noch die 300 Euro Rechnung vom Restaurant übernehmen. Würdest du sagen, heute ist ein geiler Tag? Oh Mann, das sieht voll schlimmer aus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Bro. Oh mein Gott, ist das komisch. Ist das komisch. Ich dachte, wir müssen viel weiter laufen. Oh, ist das cringe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cringe. Ich lösche mich, Alter. Links auf die Auffahrt nach Machico abbiegen, dann auf R101 fahren. Nee. Scheiße. Wir müssen wieder drauf. Was? Ich hab nicht verfahren anscheinend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so eine Scheiße. Oh nein. Wir fahren dieselbe Strecke zurück. Nein. Bro, die ist so fucking delayed, die Alte. Red mal. Sag was. Mann, Digga, die redet nicht. Warum sagt sie? Ins Heißverkehr Ausfahrt nehmen. Welche? Welche Ausfahrt? Ey Digga, welcher Ausfahrt? Bro, wir müssen kurz anhalten. Diese dumme Alter. Fuck die mich ab. Okay, die da hinten. Okay, check. Ey Junge, ist das eine Scheiße. Jetzt gibt hier keine Anlagenanlage an, das wäre uncool. Oh. Alright, ladies and gentlemen. Oh. Bruder, das war so Film da auf der Autobahn, diesen Atzen zu hören. Ja, ja. Heilige Mitte Maria. Leute, es war super schön mit euch. Wir haben bis Deutschland seit fast zwei Uhr nachts gestreamt. Bro, crazy. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Richtig geil. Ich hoffe, wir hatten Spaß heute. Wir hatten Spaß. Ziel befindet sich auf der linken Seite. Halt die Fresse, Digga. Prost, Leute. Ciao, ciao.